Seht ihr, wie er lädt? Es dauert immer einen Moment. Wenn du wieder online bist, solltest du jetzt gehen. Das Problem ist, dass ich tatsächlich von UBS nicht so zuverlässig dargestellt bekomme, dass das wieder läuft. Wir sind ja wieder online beim Stream. Ja, man sieht wieder, was er lädt gerade. Neuer Teil. Was ihr hier hört, sind verschiedene Stimmen. Das sind die Moderatoren hier beim Finale von Beyond Earth Cup. Urhun, Commander SE, Tumlo Gaming und zwei Leute mit dabei, die gelegentlich reinquatschen. Das sind K. Graf Hohn, das ist Christian Weigl und ich, Riding Bull, als Gastgeber, der sich die Mühe, gar nicht die Mühe macht, hier mit dabei zu sein, sondern nur gelegentlich mal reinschneit. Und ich finde, Urhun und seine Mitmoderatoren, die machen das heute Abend richtig, richtig gut. Danke, danke, danke. Ja, vielen Dank. Ja, und dementsprechend auch eine Begrüßung von mir zurück. Die Stream-Zuschauer mussten nur kurz warten. Die YouTube-Zuschauer haben hier einen neuen Teil vor sich. Ich resümiere mal ganz kurz, welchen Stand der Dinge wir haben. Also, am Ende des letzten Teils hat sich herauskristallisiert, dass hier vor allem Whistler und BrainLagd die Liste anführen und im Moment auch Whistler einen Seekrieg gegen BrainLagd führt, während beide versuchen, ihre Position zu stärken, indem sie stark expandieren. Gleiches gilt für unsere beiden anderen übrig gebliebenen Spieler. Wir erinnern uns, einen haben wir bei der Landung verloren, einer wurde früh assimiliert. Und die anderen beiden versuchen im Moment hier vor allem an der Ostküste sich auszubreiten, was Heinz definitiv wesentlich besser gelingt als Shalondon. Was ich total klasse finde, sind manche Städtenamen, zum Beispiel seine Stadt, viel Spaß zu nennen. Ich finde, dafür verdient man eigentlich einen Extrapunkt in der Punkteabrechnung oder 50. 50 Punkte sollten da drin sein, finde ich, ja. Ja, wenn nicht gar sogar 10. Oder 5. Also vor allem 5 finde ich sehr, sehr reizvoll. Wir werden immer großzügiger. Viele Zuschauer im Chat auf Twitch.tv bei dieser Live-Übertragung des Cups. Wir haben diverse Gewinnspiele. Die laufen schon, einiges ist rübergegangen. Und ich habe doch eben, glatt fällt mir gerade ein, etwas vergessen zu sagen. Ich hatte einen Steam Key von Grand Agents Medieval verlost und habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich noch zwei habe. Wo kommen denn die auf einmal her? Ich wollte gerade meinen, das ist jetzt aber sehr interessant. Wo die jetzt herkommen. Das ist sehr interessant. Und jetzt würde ich gerne in die Gesichter der Zuschauer blicken, die gerade angefangen haben zu grinsen, jetzt gleich nach den nächsten Wochen wieder ganz enttäuscht aus der Wäsche gucken werden. Denn? Ich habe die zwar, aber ich gebe die jetzt nicht raus. Das sind zwei weitere Gratis-Steam-Keys für Grand Agents Medieval, was am 25. September erscheinen wird. Und die werde ich euch rausgeben. Die werdet ihr bekommen, aber nicht heute Abend. Die werde ich in den nächsten Tagen rausgeben in unserem Forum community.writingbull.de Dort werde ich einen Thread einrichten zu Grand Agents Medieval, gibt es schon einen. Aber ich werde speziell einen zu diesem Gewinnspiel machen. Und es ist dann eigentlich ganz simpel. Wer dort postet, in diesem Thread, der kommt in den Topf, in den Lost-Topf. Und dann werde ich zum Release des Spiels, oder kurz davor, zwei dieser Steam-Keys verlosen. Eins leiten dazu, erfahrt ihr in Kürze. Im Forum werde ich diesen Thread aufmachen. Dann werde ich das noch genauer schreiben, bis wann das gilt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, diese Keys zu gewinnen. Das heißt, diejenigen, die eben bei der Verlosung Pech hatten, die haben möglicherweise Glück, sobald dieser Thread rauskommt. Den Sponsor... Das ist doch auch was. Den Sponsor muss ich noch erwähnen. Games Planet. Riesen Dankeschön. Shop-Händler, mit dem ich zusammenarbeite. Und ihr kennt ja schon meinen Standard-Hinweis, den ich immer sage. Falls ihr bei Gelegenheit den YouTube-Kanal, das Forum, solche Livestreams, oder was auch immer, ein bisschen unterstützen wollt, und euch ohnehin ein Spiel kauft, kann ja mal sein, dass ihr nicht immer jedes Spiel bei einer dieser Verlosungsaktionen gratis bekommt. Dann wären wir euch alle sehr dankbar, wenn ihr ein solches Spiel vielleicht dort kauft. Oder bei einem anderen Shop-Link, bei Amazon, aber sehr gerne bei Games Planet, die oft auch Spiele preiswerter anbieten. Denn dann gehen ein paar Prozentpunkte des Kaufpreises rüber zu mir. Und damit kann ich all diese schönen Sachen hier besser organisieren, an denen ihr hier auch teilnehmt. Grand Ages Medieval. In Kürze zwei Steam-Keys im Community-Forum. Und jetzt weiter mit Civilization Beyond Earth. Ja, an der Lage selbst ändert sich in der letzten Zeit auch nicht mehr viel. Wie gesagt, wir haben hier eins, der hat ja eben schon verkündet, dass er seine Expansion fortführen wird. Und das sollte ihm dabei jemand sich in den Weg stellen, frecherweise, dass derjenige dann auch unter ihm zu leiden haben wird. Ja. Ansonsten haben wir hier Shalom Don, unseren Alien-Fighter, der sich tapfer dieser Alien-Horde hier zur Wehr setzt. Vermutlich ist es ein Zwei-Nester. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde sogar fast auf drei schätzen, weil es wäre genug Material dafür da, obwohl ich tatsächlich auf zwei tippen muss. Aber das Problem hat er ja gleich von Beginn an. Das hat er aber irgendwie halt bis jetzt noch nicht gelöst bekommen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, so eine große Alien-Menge zu kontrollieren. Was uns aber definitiv recht in der Sache gibt, dass wir nicht mit tobenden Aliens gespielt haben, weil sonst hätten wir Shalom Don vermutlich inzwischen an die Aliens verloren. Dann hätten wir den schon gesnackt. Aber nun baut Brainlect auch wieder eine größere Flotte auf. Ja, das Problem ist, Whistler traut sich vermutlich nicht nah genug an ihn ran, um das aufzuhalten. Also ich bin etwas überrascht, dass er das zulässt. Wobei es sein kann, wenn ich das hier so richtig sehe, dass er sich gar nicht darüber im Klaren ist, weil die Schiffe tatsächlich ganz bewusst von beiden immer so gehalten werden, dass der Gegner sie möglichst nicht alle sehen kann. Immer wie so eine Art Droh. Deswegen bin ich echt gespannt, ob dieser Seekrieg noch so richtig eskalieren wird oder ob es bei diesem immer wieder gegenseitig aufreiben und abtasten bleibt. Da jetzt geht es schon wieder hier mit abtasten und allem los. Ich bin echt... Ich fand auch, das ist eigentlich ein Moment, wo man alle kleinen Kinder mal ganz schnell ins Bett schicken sollte, weil das ist echtes Ü18-Gerede hier. Unfassbar. Das heißt also, die veranstalten da mit ihrer Flotte gerade eine so Art Vorspiel. Ja, definitiv. Also, es geht los. Ich würde mir da auch am liebsten ein Handtuch um den Mund wickeln, weil ich irgendwie... Da bricht mein natürliches Schamgefühl aus mir raus. Und auch bei dir, Christian, glaube ich, der treibt das, glaube ich, auch die Schamesröte auf die Bäckchen. Also auf die im Gesicht, ne? Ja, genau. Die anderen, die sind so blass und schlaff, da rötet nichts mehr. Auch das treibt mir wiederum die Röte ins Gesicht. Was für ein Niveau hier. Unfassbar tief. Die anderen halten das so hoch und wir jagen das wieder in die Tiefe. Ich glaube, wir sollten uns verabschieden. Wir sollten uns später noch mal reingucken. Was meinst du? Alles klar. Das heißt, du entfernst mich jetzt hier aus dem Kanal, um mir den Mund mit Seife auszuwaschen. Na, super. Ich entschanne dich jetzt und ich halte mich bedeckt. Wir sehen uns gleich auf der Damentoilette. Alles klar. Genau, da werden wir uns dann treffen. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß und bis später dann. Macht's gut. Bevor er verschwindet, noch einen Moment. General Feierabend hat das gerade sehr passend im Chat geschrieben. Es ist nach 22 Uhr. Alles in Ordnung. Abbring dich auf den. Jetzt gib ihm nicht auch noch eine Freikarte. Ja, echt jetzt. Ich habe nur den Chat zitiert. Erfülle nur meine Aufgabe. Also, ich bin jetzt erstmal weg und bis später dann. Bis dann. Bis später. Tschüss. Tschüss. Sehr schön kommen, Tunglu. Du erfüllst nur deine Aufgabe, ja. Also, an die Zuschauer da draußen, ihr müsst es nur sagen, ich kann ihn auch etwas züchtigen dafür, dass er sich hier so auf die andere Seite schlägt. So, während WB jetzt... Kurze Frage. Also, nur mal um das zu erklären. Du willst, dass die Zuschauer mich züchtigen lassen dafür, dass ich ihr Sprachrohr bin? Nein, dafür, dass du WB jetzt hier auch noch Feuer gibst. Ach so, okay. Gut, ich war nur eine... Du sollst... Nein, nein, also, ich betone folgendlich. Die Zuschauer sagen das... Danke, Langhaar. Er sagt, ich sollte belohnt werden. Ich wusste es. Ich habe den Chat auf meiner Seite. Ja, ich sehe das schon. Dann mache ich mich besser nicht unbeliebt. Und, naja, seien wir mal ganz ehrlich, ich finde es ja auch lustig. Und während WB jetzt Christian mal ordentlich den Mund mit Seife auswäscht, oder was auch immer... Darauf wollen wir nicht näher eingehen. Richtig. Möchte ich ganz kurz mal festhalten, dass Boylekt die Situation, dass er da im mittleren Meerarm doch auch die Lage etwas besser unter Kontrolle hat, als ich zu diesem Zeitpunkt erwartet hätte, nutzt. Um jetzt ein bisschen Militär aufzufahren, um hier den brachliegenden Panasiaten ein bisschen auf den Pelz zu rücken, von Norden her. Und vielleicht sogar die eine oder andere Stadt von ihnen einzunehmen, was ihm eindeutig seine derzeitigen leichten Vorsprung noch ausbauen würde. Ich habe allerdings so eine Ahnung, wenn Whistler weiterhin so ernst macht mit dem Krieg, dann wird das hier tatsächlich ein mehr Frontenkrieg. Weil was ich im Moment sehe, ist, wir haben hier im Osten einen Landkrieg, wir haben auf dem Wasser einen Krieg und jetzt will Boylekt auch noch hier gegen den Asiatenkrieg führen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Währenddessen hat hier Heinz eher ideale Voraussetzungen dafür, in aller Ruhe sein Ding weiterzumachen. Denn Shalom Don kommt kaum dazu, hier groß zu expandieren, sondern versucht eher das Land, das ihm sowieso schon gehört, besser zu nutzen. Wo du ihn gerade erwähnst, wie wäre es mit einem kleinen Interview? Der Chat fragt doch schon die ganze Zeit. Das habe ich mir aufgedacht. Das wäre jetzt tatsächlich ideal, ja. Na gut, dann bis gleich. Werde die mal holen. Werden wir jetzt gleich auch mal Shalom Don aus seiner eher misslichen Lage fragen. Und wie er sich so fühlt, nachdem zwei seiner Kontrahenten Kontrahenten oder Mitsiedler schon ins Gras gebissen haben. So, und damit sind wir auch schon wieder da. Hallo, Shalom Don. Hallo. Schönen guten Abend. Hi. Ja, mal so ganz offen gefragt, wie bewertest du deine Lage? Ja, die ist... Also ich saß jetzt zum Überholen an und... Nein, Scherz. Ich hatte die Problematik, dass ich ja relativ viele Alien-Nester und schon eine gute Population auf meiner Westseite hatte. Und nach Osten war nicht so viel mit Entwicklung. Deswegen wurde es so ein bisschen von dem guten Heinz eingekesselt. Aber ich denke, da geht noch was. Ja? Wo siehst du denn da deine... Fragen, fragen wir mal so. Also ich möchte betonen, du hast natürlich definitiv noch hier einige Möglichkeiten. Aber die Frage, die ich mir stelle ist, was genau ist deine Strategie, um das Ganze vielleicht doch noch ein bisschen zu drehen. Ja, also die ersten Sachen jetzt angehen. Ich muss erst mal unbedingt die Satelliten hochbringen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Und dann schauen wir mal, was denn der Krieg so bringt. Versuchst du vielleicht sogar einen Siegtyp vorzubereiten? Ich wollte eigentlich in Richtung der entsprechenden Xenos-Bedingungen gehen, hab aber nicht die Zeit bekommen, um in die Richtung auch schon die Punkte zu investieren. Und das ist jetzt das große Problem. Das heißt, der Harmony-Sieg oder wie? Sicher, genau. Ah ja. Wir haben ja erst gerade mal so die Hälfte vorbei. Ja, die Problematik ist die, also man sollte eigentlich so bis zu 100 seine Grundstätte schon haben, dann überlegen, ob du noch eine exponierte Position hast, wo einfach man eine Stadt hinsetzen muss und muss die halt hochziehen. Und auf diesen Spand bin ich noch lange nicht. Was heißt lange nicht? Also wir sind noch zu klein und da ist eigentlich die größte Problematik derzeit. Also du siehst das Problem darin, dass du nicht rechtzeitig weit genug expandieren konntest. Richtig, deswegen stehen die Städte jetzt aus einem Stand, die noch nicht so schön wie sie sollen. Ja, es ist nicht einfach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so eine kleine Ecke für sich hat, würde ich persönlich fast versuchen, den Kontaktsieg anzustreben. Also quasi den Wissenschaftssieg. Ich denke mal, in dieser Runde wird es deutlich militärischer zugehen und deswegen wollte ich das sicherheitshalber lieber mal auch dafür gewappnet sein und nebenher vielleicht den Herrn Stein ein bisschen dadurch unter Zugzwang bringen. Okay. Bist du eigentlich schon im Krieg mit dem Herrn Stein? Ja, sind wir. Also es fing damals an mit diesem Siedler, der dort stand. Zu dem Zeitpunkt hatte er noch zu Palmis, diese Level 3. Und ich hatte ihm geschrieben, dass ich mit meinem Flora dort noch meinen Zug frei habe und ihm vorgeschlagen einen Waffenstillstand und ein Aggressive Pact, das so heißt, er hätte auch noch weiterhin siedeln können, für 40 Runden abzuschließen. Das hat er abgehend. Gut. Also auf gut Deutsch, er hat schon so ein bisschen auf dich abgesehen. Er hat absichtlich es rausgekitzelt und entsprechend muss ich ihn jetzt ein bisschen unter Druck setzen, damit er nur in Porson gehen kann. Ich habe die teuren Forschungen jetzt eigentlich so weit fast durch. Wie ich schon sagte, schauen wir mal, was es so gibt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde generell diese Runde sehr interessant. Einer geht bei der Landung verloren, dessen Fraktion hat zwar überlebt, aber unter der Führung eines anderen. Ja, das war groß. Da haben wir einen treuen Mitspieler leider verloren, aber manchmal ist das halt so, wenn der Bug im Navigationscomputer sitzt, kommst du halt richtig an. Ja, das ist es. Also wir haben auch spekuliert, woran es wohl gelegen haben möge. Wir sind relativ sicher, es war eine Meuterei. Ah, das war natürlich nicht ins Auge gefasst. Also wir glauben, es ist eine Meuterei. Es könnte natürlich auch schlicht gewesen sein, dass die Landung etwas unsanft war und er sie nicht überlebt hat. Das kann man halt nie sicher wissen. Ja gut, das wird natürlich auch erklären, warum wir relativ viele Brocken hier noch auf den Planeten hatten, um ihn aufzusammeln. Ja, ich glaube, das sind alles Brocken seines nicht ganz sauber gelandeten Schiffs, weil man dann der Fraktion echt zugutehalten muss. Sie haben sich scheinbar schnell erholt und doch eine nicht unerhebliche Macht aufgebaut. Also ich hätte ja den Steuermann auspeitschen lassen. Da geht kein Weg dran vorbei. I'm sorry. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber genau darüber haben wir ja alles auch schon spekuliert. Also auf jeden Fall, ihn hat es leider schon auf, entweder auf dem Weg zum Planeten oder bei der Landung zerrissen und seine Fraktion hat es überstanden, wenn auch jetzt unter einer anderen Führung. Ähm, ja, und Foto ist uns ja leider relativ früh, ja was heißt genommen worden. Ich würde sagen, er wurde freundlicherweise von Wissler assimiliert. Ja gut, die beiden haben ja jetzt auch nicht unbedingt sehr, ähm, freundschaftlich gestartet. Ja. Da ging es irgendwie darum, dass, äh, das aus einem Nicht-Kriegszustand Foto davon ausging, dass er auch in aller Ruhe, Seelenruhe, zivile Einheiten, ähm, durchs Land schicken kann, äh, wenn er weiß, da sind keine Aliens. Mhm. Ähm, aber auf sowas wartet natürlich die polaustralische Fraktion. Also, die nehmen alles, was sie nid- und nagelfest ist und handeln damit. Ich meine, das ist doch klar. Ich wollte gerade meinen, also wenn, wenn eine Fraktion wirklich prädestiniert ist zu sagen, wenn schon die Brasilianer, die sich mit ihrer Militärtaktik brüsten, uns schon hier so eine zivile Einheit direkt vor die Tür schicken, dann nehmen wir... Das war die absolute Provokation, das sehe ich. Das war, das war, was heißt Provokation? Ich denke mir, Hutama wird sich gedacht haben, das ist doch ein nettes Geschenk, nehmen wir an. Und dann nehmen wir gleich noch ein Geschenk, nämlich die Hauptstadt. Ja gut, das ging ja etwas anders los. Also, es war ja erst mal diese zivile Einheit. Und dann herrschte etwas, etwas Unmut zwischen diesen Parteien und schlussendlich kam es dann wohl dazu, dass die Kriegsvorbereitungen von Wissler aufdeckt worden sind vielzeitig. Das heißt, die Polarustralier wussten, was auf sie zukommt und haben entsprechend sehr schnell auch reagiert. Man konnte sehen, dass zum Beispiel die Forschung dann sehr angezogen worden ist und die Bevölkerung dann gar nicht so stark gepusht wurde. Und das ist eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass da jemand was vorhat. Und ja, wenn man es immer mal wieder über Diplomatie checkt, wie denn da gerade so der Stand ist, dann fällt einem sowas auf. Ja. Und spätestens dann hätte er schon losschlagen müssen, hätte er dann nicht noch weiter seine Einheiten sammeln. weil man hat zu dem Zeitpunkt ja schon einen kleinen Vorteil. Dann halt knapp, aber wer nicht wagt, der nichts gewinnt, sage ich stets. Ja. Aus genau diesen Gründen, aus... aufgrund genau dieser diplomatischen Tiefe, die das Spiel ja jetzt schon hat, freue ich mich so sehr auf das neue Diplomatie-System in der ersten Zeit, muss ich sagen. Ja, das... Ich habe mir ja schon das Let's Play vom BB angeschaut, mit dem Christian zusammen und ich muss sagen, boah, das könnte ja super cool werden. Ja, ja, also ich bin ja selber auch so ein Spieler, der Militär eher zur Verteidigung einsetzt und der dann schon mal gerne so mit Geheimaktionen und sowas arbeitet. Also mir kommt das sehr entgegen. Aber wie gesagt, also einen weiteren Spieler haben wir dann schon an einen Kollegen verloren. Es... es... es bleibt weiterhin spannend. Also... Ich muss sagen, die Karte dünnt sich schneller aus als gedacht. Ich habe eher erwartet, dass ihr alle sechs schön vor euch hinspielt und so in den letzten zwei, also ein bis zwei Stunden sich das dann so rauskristallisiert. Aber hier wird ja Krieg geführt en masse, ne? Expansion, Krieg, ist es für das, was das Spiel hergibt, verdammt spannend. Ja, so soll es doch sein. Wir wollen ein bisschen Schauweten. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass wir so eine leichte Zweiklassengesellschaft haben. Ja, doch. Und da muss man mal sehen, was man da noch vielleicht retten kann, so als Nachzügler. Ja, also ich glaube, da... also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, auch Nachzügler können noch eine Menge retten. Die Frage ist, was müssen sie dafür tun? Also die Frage bleibt ja auch bei an dir hängen, was willst du eventuell tun? Also gerade du als derzeit wirklich relativ deutlich letzter, in der Punkteliste zumindest, was kannst du tun, um die KI und Heinz vielleicht noch zu kitzeln? Ja, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Mein Kurzziel muss erst mal sein, die Unzufriedenheit deutlich zu senken. Die lag... Also die Ungesundheit meinst du, ne? Ja, in dem Fall. Die lag halt... Wo liegt die denn? Die lag vorhin noch auf 26, minus logischerweise. Und das kostet natürlich Ebenzug übelst. Ja, bei solchen Zahlen merke ich immer wieder, warum ich ein Spieler bin, der sehr viel Wert darauf legt, diesen Wert unter Kontrolle zu haben. Ja, gut. Also bei den entsprechenden Virtues konnte ich jetzt nicht Prosperity durchskillen. Dann hätte ich diese Problematik nicht gehabt, aber dann hätte ich auf jeden Fall... Sollte es tatsächlich dann militärisch werden, das nachsehen. Ich habe im Militär die ersten vier in einer Reihe durchgeskillt, damit ich... Weil ich wusste ja, was auf mich zukommt, dass ich also sissenschaftlich hinten dran hänge, dass ich wie jetzt die Affinitäten schnell nachskillen kann mit zum Beispiel dann im Endeffekt einer Forschung weniger, damit ich da auf... Ja, wettbewerbsfähig einfach bleibe. Hm. Fink logisch. Das passt erst mal jetzt soweit. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erst mal schauen, wie wir das jetzt hier mit der militärischen Auseinandersetzung gleich hinbekommen. Er fährt ja jetzt hier gerade auf und... Was fährst du denn auf? Ich muss es erst mal nur ein bisschen rumärgern. Wie ich ja schon sagte, ich muss mich jetzt ein bisschen beschäftigen, dass er Militäreinheiten baut, dass er zu mir hinkommt, dass er sein Gold ein bisschen dafür ausgibt. Und... Ich habe mich leider verrechnet. Ich wollte eigentlich schon auf Purity 3 sein. Habe mich schon drei Punkte verrechnet. Ja. Wird noch lustig. So. Und jetzt noch mal kurz eine Frage aus dem Chat und zwar hat Teppik gefragt. Shalom Don, glaubst du, dass der Krieg gegen Heinz dir helfen wird, wieder aufzuholen oder eher weniger? Ich werde hier auf jeden Fall erst mal... Also er soll mir nicht weiter wegziehen. Das ist der erste Hauptaugenmerk darauf. Ich muss unten meine Hauptstadt ein bisschen produktiver kriegen. Wie gesagt, das höchste Problem ist ja noch die Unzufriedenheit, also die Unhealthiness, die halt ziemlich viel auch einfach an Kulturwissenschaft und vor allem auch Wachstum in der Stadt behindert. Und Ziel ist es eigentlich, dass ich halt dann Einheiten spammen kann und ihn dann nochmal angreifen. Wenn es dann klappt und ich die Stadt übernehmen kann, dann wäre ich wieder im Geschäft. Wenn nicht, werden wir uns entweder eliminieren bis zum Ende des Spiels und haben wir beide keine Chance mehr oder aber er hat Wissenschaftsvorsprung und macht mich dann platt. Wie gesagt, ich sehe es gleich, wenn meine Saliten online sind und dann weiß ich auch, was ich weiter zu tun habe. Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir dich mal wieder nach unten und lassen dich mal deiner Strategie nachgehen, während wir das hier schön aus der Vogelperspektive oder eigentlich wahrscheinlich eher aus dem Orbit beobachten. Ja, sehr gerne doch. Also dann, tschüss. 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 So, ganz kurz mal abgehüstelt. So. So, und ich, ich muss sagen, also, also, ich versuche umzusetzen, dass wir hier mehr Details sehen. Ich entschuldige mich direkt im Voraus dafür, wenn es nicht ganz so klappt wie gedacht. Ich persönlich muss sagen, ich würde zu gern auch mal als Stümer auftreten, wenn ich selber auch eine Fraktion spiele, weil dann brauche ich mir nicht viele Gedanken darüber zu machen, was ich mir angucke oder was nicht, weil sich das dann im Spiel von selbst ergibt, ne? Also dem hat man eben nicht das Problem mit dem doch recht schwierigen Beobachtermodus, sag ich mal, weil einige Details einfach fehlen. Voron und der andere Herr Tumlu. Tumlu, Tumlu, genau. Der andere Herr. Also wir sind jetzt schon zwei Stunden unter uns. Ja, das ist mein Namensgedächtnis. Es fängt jetzt auch schon an auf dem Land zu krachen hier zwischen Brainlect und Whistler. Genauer gesagt, bei den Städten Snitzwe und Maeva. Ich denke mir, das spricht sich Siswe. Siswe, okay. Auch zum Beispiel ein Stadtname, den ich bisher nur zwei, drei Mal gesehen habe. Ja. Wobei Brainlect schon die nächsten Kolonisten aufhört. Weiter östlich dieser Stadt. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, ich würde zu sehr interessieren, wie weit die beiden sind. Was so Werte wie Ungesundheit angeht. Auch fällt ja relativ schnell auf, dass das Stadtwachstum doch nicht ganz so krass ausfällt. Also ich weiß aus meinen eigenen Erfahrungen, dass ich zu dieser Zeit in meinen Städten locker schon mal 18, 19 Bewohner haben kann. Wahrscheinlich, weil ich dann halt mehr auf das Größenwachstum setze anstatt auf die Ausbreitung. Aber der Krieg zwischen den beiden, der nimmt echt immer neue Dimensionen an. Die haben viele Einheiten, aber bisher sind noch nicht, gut, bis auf den Außenposten von Brainlect ist noch nicht sehr viel zu Bruch gegangen. Ja, Einheiten gehen höchstens mal zu Bruch, wenn sie sich gegenseitig aufreiben. Aber man muss halt sagen, also während Brainlect hier im weit im Nordwesten versucht, dem Asiaten gefährlich zu werden oder zumindest mal abzutasten, inwiefern er ihm gefährlich werden kann, führt er hier doch einen ziemlich guten Verteidigungskrieg. Also ich meine, wir wissen, wir wissen, das sehen wir hier, ich kann euch das auch mal hier aus der Nähe zeigen, dass Whistler ganz klar hier eine Rieseninvasion vorbereitet. Ich meine, zählt mal nach, aber ich zähle hier mindestens 13 Schiffe auf diesem Binnenteil. Und es kommen immer mehr nach. Während Brainlect eher hier an Land zwischen Sisway und Maeva einen Krieg vorbereitet. Und ich könnte fast oder ich würde fast darauf wetten, dass Bongani und Maeva es würde mich nicht überraschen, wenn Whistler Bongani einnimmt, während Brainlect unten vorrückt und sich Maeva schnappt. Das würde gehen. Das wäre auch bei beiden Städten rein technisch durchaus möglich. Wobei das zweite eher wahrscheinlich ist, weil Maeva nicht ganz so gute Verteidigung hat, nicht ganz so viele Einwohner hat. Was jetzt halt so langsam klar wird, ist, wenn man sich die Städte näher anschaut, auf welche Affinitäten die gehen. Also Whistler hat hier eindeutig in seiner Stadt sieht man die Vorherrschaft gewählt. Wenn man jetzt im Vergleich dazu Brainlect nimmt, hat der noch keine deutliche Ausprägung. Genauso wenig wie die KI. Die hat aber lustigerweise, habe ich die Erfahrung gemacht, oft keine so starke Ausprägung am Anfang. Wobei die KI welchen Schwierigkeitsgrad haben wir hier? Gemini? Gemini, ja. Die schlägt sich ja ziemlich gut. Ja doch, also die behauptet sich sehr solide auf dem vierten Platz von fünf Spielern. So, und ich möchte noch mal kurz unterbrechen, ich war nämlich gerade mal kurz zu Gast bei unseren Spielern und habe einfach mal die Affinitäten rausgekitzelt, wer nämlich gerade bei welchen steht. Und Heinz vom Stein, mit ihm werde ich gerade einfach mal anfangen, der geht stark auf Vorherrschaft, der liegt gerade bei Null Harmony, einem auf Reinheit und vier Punkten auf Vorherrschaft. Ich sehe auch schon, er hat eine Einheit hier stehen, einen KMDR, die erste Spezialeinheit, die wir hier sehen. Dann der gute Shalom Don hängt etwas hinterher mit nur zwei Reinheitspunkten. Es könnte noch knapp werden für ihn. Aber jetzt bei unserem spannenden Krieg, wo sich gerade Whistler und Brain lag gegenseitig die Köpfe einschlagen, da liegt Whistler vorne mit einem Punkt auf Harmony, zwei Punkten auf Reinheit und ganzen vier Punkten auch auf Vorherrschaft. Ja, das spiegelt sich auch in seinen Städten wieder. Ja, und Brain Lake auf der anderen Seite hat einen Punkt in Harmonie, null in Reinheit und drei in Vorherrschaft. Also im Prinzip Vorherrschaft ist stark dabei. Genau, in diesem Spiel ist Vorherrschaft das bindende Glied. Keiner geht so richtig auf Reinheit, obwohl das noch halbwegs geht. Und Harmony wird auch eher nur gewählt, um ein bisschen was auszubauen. Also es ist interessant, das hier wird ein fast reiner Vorherrschaftskrieg. Noch auf einer Stufe sind, wo sich da noch einiges ändern kann. Also bei vier Punkten, also es zeichnet sich schon ab. Heinz, Wizzler und Breilag werden höchst wahrscheinlich auch weiter auf Vorherrschaft gehen. Was Shalom dann macht, weiß ich gut, dass es jetzt schlägt. Kostet halt alles sehr viel Zeit. Eine Taktik zu fahren und die dann wieder zu ändern. Und da wir hier nur begrenzt Zeit haben, wird das eben problematisch. Immerhin noch anderthalb Stunden gut. Also ich natürlich genauso wie wenn die Beteiligten weniger sind. Also wenn wir hier ein reines Duell oder vielleicht drei Leute hätten, dann sähe das ganz natürlich auch anders aus. Was jetzt aber auffällt ist, Heinz nutzt die Gelegenheit, dass er so hoch in Vorherrschaft steht, auch jetzt früh aus. er hat hier, ich sehe hier zwei KNDRs Vorrücken an die Front. Ich glaube er wird jetzt versuchen den Krieg zu Shalom Don zu tragen und das könnte schnell dazu führen, dass das Punkteverhältnis kippt zwischen den beiden. Dass Shalom Don seine Position tatsächlich zu spüren bekommen wird. Das Ganze könnte noch spannend werden. Ich sehe das Ganze genauso verzögert wie der Chat, weil ich nicht mit dem Game bin. Für mich sieht es momentan so aus. Auf der einen Duell zwischen Brain Leg und Whistler das doch recht ausgeglichen wirkt. Zumindest auf dem Land momentan noch. Und wenn Heinz es schafft den Shalom dann auszuschalten sollte er es wirklich schaffen dann könnte er sich sogar tatsächlich an den beiden vorbeischieben wenn die sich weiter so gleichmäßig bekriegen. Also von den Fähigkeiten her ist er durchaus dazu in der Lage wie ich miterlebt habe. Ja Das hast du auf harte Art und Weise gelernt. Es ist halt jetzt die Frage wie sich Shalom zu Wehr setzt. Weil aktuell sieht das eben nicht so gut aus. Heinz vom Stein führt hier ja alles auf. Kanoniere NDR Panzerte Soldaten was Fahrzeuge sind. Vor allem die Spezialeinheiten also zu Beginn von Beyond Earth war das noch heftiger. Da waren die Spezialeinheiten quasi der krasse Shit. Da habe ich teilweise sogar die Taktik gefahren meinen ersten Herrschaftssieg habe ich zum Beispiel so errungen. Habe ich die Spezialeinheiten der Xenoshwarm und der KNDR und habe die genommen und die waren in Kombination miteinander fast unschlagbar. Da war ein Landkrieg gar kein Problem mit. Die sind natürlich inzwischen im Vergleich zu den normalen Einheiten nicht mehr ganz so stark, aber KNDRs können hier einen riesen Unterschied in diesem Krieg ausmachen. Ich gehe jetzt mal hier sehr nah ran und zeige mal was der liebe Heinz vom Stein hier so auffährt. Also diese KNDRs sehen schon verdammt gefährlich aus. Muss ich sagen. Ich bin echt gespannt was passiert, weil während wir auf der einen Seite mit Brain Leg und Whistler einen Massenkrieg haben, gerade wenn ich mir dieses Wasser angucke, was ich ja eben schon getan habe ausführlich. Das wird ja immer mehr. Das wird immer mehr. Ich weiß nicht, was Whistler machen will, wenn er mit all den Einheiten Effekt wird er dadurch sicherstellen, dass wenn er Brain Leg einmal überrennt, dass der auch so schnell das Wasser nicht mehr erobern wird. Aber Brain Leg hat seine Schiffe jetzt zu Kreuzern abgegradet. Das könnte jetzt echt den Unterschied machen, weil das Upgrade auf Kreuzer einen deutlichen Unterschied in der Kampfkraft macht. Was übrigens allerdings im selben Zug auch bedeutet, dass Brain Leg eine Affinität auf 5 oder auf 6 aufgebaut haben muss, sonst hätte er noch keine Kreuzer. Und das ist hier, man sieht es hier gerade, ich bin gerade drauf, auf diesem Meereskrieg, und da zerschießt gerade Whistler einen dieser Kreuzer und macht ihn fast kaputt. Also die Kreuzer kippen das Verhältnis nur ein bisschen, aber ich glaube, sie werden einfach durch die schiere Masse an Kanonenbooten völlig überfordert. Ja. Und sollte Whistler das weiterhin ausbauen können, dann kann Wainlecht hier seine Städte Bongani, Sirsi und Suberi relativ schnell verlieren. Und das sind ja seine Städte, die ihm hier den Zugang zu diesem Wasser genehmigen, weil Magan ist keine Erfenstadt und Masego hier oben an diesem kleinen Wasserloch quasi oder an diesem kleinen Bereich, das wird Whistler nicht angreifen wollen, aber das wird ihm auch nicht nützen. Ja, diese Stadt ist viel zu klein, um ernsthaft eine Flotte produzieren zu können. Richtig. Und das bedeutet auch Boenlechs Bemühungen hier auf dem westlichen Teil bei den Asiaten dann Krieg zu führen und dort vielleicht irgendwas zu reißen, werden dadurch auch recht schnell unterminiert, weil die gesamte Versorgungslinie dann ja wegbricht. Also Whistler, ob er es jetzt weiß oder nicht, wenn er diesen Kampf wirklich zu ihm trägt, schränkt der Boenlechs Möglichkeiten stark ein. Und er hat ihn jetzt schon sie kämpfen immer noch ein paar Punkten Abstand immer. Das würde also den Unterschied machen. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich hier drüben den Krieg zwischen diesen zwei Fraktionen und Heinz macht da jetzt ernst. Ich sehe die Einheiten aufmarschieren und Shalomdon startet Tech-Netz Knoten und versucht so seine Verteidigung zu stärken. Oh, das ist auch was. Genau, bringen die nochmal? Tech-Netz Knoten, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich kann leider gerade nicht reingucken. Ich weiß gar nicht da, doch ich kann in die Zivilopädie schauen. Gucken wir doch mal. Einheiten. Tech-Netz Knoten. Hier. Orbital-Einheit bietet plus 20 Verteidigung, nee, plus 20 Kampfstärke, plus 20 Fernkampfstärke und plus 5 Heilung pro Runde. Das ist doch einiges. Also ganz kurz für die Zuschauer, wenn irgendwas unklar sein sollte, irgendeine Einheit oder so, ich kann das hier, also die Zivilopädie kann ich tatsächlich aufrufen. Also ich kann hier auch mal ganz kurz gucken, wo ich gerade drin war, mal den KNDR austesten, wie stark ist der denn so. Boah, das ist eine ganz solide Einheit, aber an und für sich vermutlich eher... Ja? Ich sehe gerade, hier kommt eine Frage, speziell an den Commander gerichtet. Oh, jetzt kommt's. Ich zitiere, Schalom, der olle Kriegstreiber hat wohl ins Wespennest in Klammern Heinz gestochen. Commander, was hat er zu erwarten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, ich kann jetzt halt von meiner Erfahrung berichten, als ich Heinz vom Stein angegriffen hat, konnte ich anfangs recht gut vorrücken, war auch kurz davor, eine Stadt einzunehmen, aber dann kam seine schüere Militärmacht. Ich vermute mal, damals hat er die Einheiten einfach gebaut, als ich mit dem Krieg begonnen hat. Hat mich somit überrannt, da er mit der Produktion und generell mit der Wirtschaft eben weit voraus war, jetzt ist man auch vor allen anderen Spielern. und so wird es jetzt hier recht ähnlich machen, also er wird jetzt hier einige Einheiten, sehr viele Einheiten raushauen und somit Shalomdon quasi überrennen. Zumal er ja auch technisch überlegen ist, mit dem KNDR und ähnlichem. Denkst du, denkst du, wir können von Heinz erwarten, dass das Shalomdon vielleicht sogar, also komplett assimilieren, glaube ich, eher nicht, aber dass er ihn doch sehr stark eingrenzen wird und sich dadurch mehr an unsere zwei oberen Kontrahenten ranschiebt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn er es schafft. Also Shalomdon ist ja so, wie er berichtet hat, hat ja schon eine Taktik, er ist halt bei einer sehr großen Ungesundheit und muss nun eben gucken, dass er auch einige Einheiten an die Front bekommt, weil das, was aktuell da steht, ist jetzt gegenüber dem von Heinz eher nicht so der Bringer. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das abläuft, weil dann müsste vor allem BrainLagd sich auch noch nach hinten wenden und auf Heinz aufpassen, obwohl der natürlich nicht vorhat, sich mit BrainLagd direkt anzulegen. Also ich bin mal gespannt, die ganzen Sachen, also im Moment entfaltet sich das halt alles noch relativ langsam. Ich bin noch etwas überrascht, dass im Moment hier auf der anderen Seite zwischen BrainLagd und Whistler keine Nägel mit Köpfen gemacht werden, weil Whistler hat so viele Einheiten da stehen. Ich glaube, er wartet drauf, dass er die alle auf Kreuzer upgraden kann und drückt dann in einer geschlossenen Formation wahrscheinlich vor. merkt, dass er doch ein bisschen kassiert hat von den feindlichen Kreuzern. Ja, aber wenn ich mir die schiere Masse angucke, also sobald das Kreuzer werden, dann zieht er hier ab, dann zieht er hier durch und zumindest dieser Meereskrieg wird dann glaube ich relativ klar werden. Es wird wahrscheinlich ähnlich laufen, wie wir es schon bei der Assimilation von Fotok gesehen haben, es werden viele Einheiten dabei drauf gehen, aber schlussendlich sehe ich zumindest Bongani gefährdet und vielleicht halt wie gesagt auch Xerci und Zubiri Zubiri oder wie auch immer. Also ich bin mal gespannt, das ganze Gleichgewicht ist filigran, wäre übertrieben, aber nicht allzu stabil. Und Heinz, ja, ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Also ich bin fast dafür, also das müssen wir natürlich jetzt noch nicht machen, aber ich bin fast dafür, wir können ja mal die Frage in den Chat stellen, ob man sich vielleicht noch mal Brainlegged oder Whistler ranholt und die mal zur aktuellen Lage befragt, weil das waren ja eher die, die wir, also Whistler war einer der ersten, die wir angesprochen haben, in Bezug auf Foto. Whistler wurde tatsächlich gerade sogar schon gefordert, zwar von Greymane, ich kann ihn gerne mal reinholen. Ja, das wäre glaube ich jetzt gerade sehr interessant. Ich bin mal sehr gespannt. Hallo Whistler. Jo, hallo, hallo. Ja Whistler, ähm, ich sehe hier etwas, ein sehr schönes Bild, unglaublich viele Kanonenboote. Ja, die darauf warten irgendwann zu Kreuzern zu werden. Also, interpretiere ich das richtig, du wartest eigentlich nur noch darauf, dass es Kreuzer werden. Richtig. Und dann gehst du hier in die Vollen. Genau, das ist der Plan. Ich hoffe, dass ich damit dann durchkomme, weil die Tech-Chats zum Beispiel sind auch nicht zu unterschätzen, was ihre Abfallkraft gegen Schiffe angeht. Deswegen habe ich noch zwei Aircraft-Carrier nachgeschossen, in der Hoffnung, dass die dann noch ein bisschen abfangen können. Aber ich werde auf jeden Fall, also ich brauche jetzt noch eine Runde für Cognition und dann noch sieben für Collaborative Ford. Also das heißt, es sind noch acht Runden für Affinity Level 6, was mir dann Needle Jets, also die abgegradete Version von den Tech-Chats bringt und die Cruiser. Ich werde jetzt aber ein großes Teil meiner Städte auf Forschungsfokus stellen, um das ein bisschen schneller zu erzwingen. Und wie siehst du, also das, ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du das mit den Kreuzern hinbekommst und mit den Flugzeugträgern, dann sieht es doch nach einer sehr großen Macht aus. Was hast du denn dann vor, wenn die abgegradet sind? Welche Städte, was ist dein Ziel? Ja, seine Wasser steht auf jeden Fall. Bongani und Xil, die sind natürlich am schwersten verteidigt. Es sind aber auch die einzigen, doch oben, Suberi noch, ist ja auch noch zugänglich für mich. Die würde ich schon auf jeden Fall einnehmen. und ich würde sie niederbrennen, einfach um die Punkte nicht so gönnen. Also würdest du die gar nicht übernehmen? Nee, ich würde sie tatsächlich niederbrennen, ja. Okay. Ich habe gerade noch im Chat gesehen, passend zu der Riesenmenge an Schiffen, die du stehen hast, das könnte man wohl auch eine Zerg-Taktik nennen. Das ist tatsächlich. Ich hoffe ja auch noch, oder habe sehr drauf gehofft, es gibt da eine Quest, die heißt Written in Stone, also ein Stein gemeißelt oder sowas, denn die kriegen auch einen Überlegenheitspunkt und ich hoffe ja, dass die irgendwann mal bei mir auftaucht. So viel Glück hatte ich bis aber leider noch nicht. Also im Prinzip ich schwarzlocke ich nur auf die nächste Affinity-Stufe, um loslegen zu können. Und ich hatte schon Glück, dass er sich da jetzt auch ein bisschen überschätzt mit seinen Kreuzern, dass ich die schon zum großen Teil aus dem Weg kriegen kann. Also ich sehe jetzt noch drei von, ne vier von ihm. Ähm, ja, das ist jetzt keine allzu große Macht. Hoffen wir, dass ich die noch romme. Ich sehe ja noch etwas, und zwar Tepic meint, kostet doch, kostet das nicht ewig viel, also der Unterhalt der Truppen. Oder hast du da schon Ideen dagegen gehalten? Ähm, ich habe minus 8 Supply, ähm, das heißt, die kosten nochmal extra mehr, aber ich mache trotzdem 72 Gold, ähm, weil ich einfach, äh, Gene Gardens, also Gene Gärten gebaut habe. Ähm, die haben noch eine Quest, dass die drei Gold pro, ähm, Gebäude bringen, über Atorium-Reaktoren. Ich stand dann auch mit zwei Stationen und habe auch den Industry-Trade, dass die mir jeweils 19 Gold geben. Ähm, es kommt schon sowas zusammen, also ich bin tatsächlich noch auf plus 72. Moment, das ist eine Menge. Also das ist massiv, muss man sagen. Ich finde es auch schön, dass du es Supply nennst. Das passt auch ganz gut zu dem Zerhack. Naja. Kann es sein, kann es sein, ich weiß es ja nicht, aber kann es sein, dass du auch im Echtzeit-Strategie, äh, zu Hause bist? Ähm, früher mal sehr viel, aber ich muss gestehen, das hat ein bisschen nachgelassen, weil ich einfach irgendwie die, die Motivation, die Lust an solchen übermäßigen, schnellen Echtzeit-Strategie-Spielen, wie StarCorp 2, erfordern habe. Dafür wurde ich auch so alt, ich bin jetzt 27, das war vor fünf Jahren, war cool, aber irgendwann merkt man das Alter tatsächlich und, äh, da geht die Motivation dann auch mit Blöten. Ich habe gerade mal nach weiteren Fragen im Chat gefragt und, äh, die erste Frage war Gesundheit. Ist mittlerweile auf minus 4, hat sich relativ gut eingependelt, man darf ja nicht vergessen, die Gengärten, ähm, geben auch noch eine ganze Menge Gesundheit, so als Zusatzgebäude und ansonsten habe ich eigentlich den Großteil meiner Städte bis auf die neueren Hartha und Kasemtan die ganzen Basis zum Gesundheitsgebäude gebaut wie ein Pharma-Lab und das ist halt ein Nursery in der Klinik und so und ich habe natürlich auch im Industrie den Skillpunkt Magna Santi mitgenommen, der gibt mir 0,211 pro Gebäude, das ich baue und das summiert sich einfach auf, auch bei vielen Städten, wenn man viel Produktion hat, ja. Genau, danach wurde nämlich auch noch gefragt, nämlich die Werte, wie die verteilt sind bis jetzt. Also normalerweise gehe ich in der Reihenfolge, ähm, immer drei Industrie, ähm, Entschuldigung, drei Wohlstand zuerst und mit den freien Sita-Zonen, dann zehn Industrie für Magna Santi, was sehr stark ist, für Civic Duty, was sehr stark ist, ähm, kriegt einfach sehr viel und auch Geldbonus aus dem Industriebaum raus, den ich sehr, sehr gerne mitnehme. Ähm, danach packe ich acht Punkte in Knowledge und im Rest in Militär. Ich habe jetzt auf den Weg, auch gerade am Anfang, weil ich mich mit dem Brasianer noch so geschlagen habe, noch ein Punkt in Macht investiert, dass ich 50% mehr Erfahrung auf meine Einheiten kriege. Ähm, aus offensichtlichen Gründen, weil das Heilen ist schon sehr stark in einem direkten Stand-off-Fight. Klingt ja echt spannend, muss ich sagen. Und wie bewertest du hier die Landsituation? Ich meine hier, zwischen Maeva und Ciswa? Zwischen Maeva und Ciswa? Achso. Oh, er ist ja schon auf 60 Grad. Ähm, wie bewerte ich die? Ja, ich werde im Land nicht so viel machen können, er mir wahrscheinlich auch nicht, weil Maeva liegt sehr, wo der hat ja schon eine Menge Truppen zusammengezogen. Aber ich habe ja auch ein bisschen das Militär da. Da muss ich schon aufpassen, dass er mich da von Land aus nicht angreift, überrollt. Und im Spiel sind Verteidigungsgebäude sehr stark und Maeva hat eine Raketenbatterie und einen Defensive Permitter. Ähm, das heißt, ich hatte da durch 50 Kampfstärke und 165 Hitpoints. Das ist relativ schwierig, gerade mit dem Gelände, das zu übermannen, sage ich jetzt mal. Es ist machbar, muss ich durchaus ein Auge drauf haben, ähm, aber es ist schwierig. Ich glaube, sobald ich meine 6-Affinität habe, werde ich mir vorher noch mal ein bisschen Marines gönnen und, ähm, die dann zur Verteidigung da abstellen. Wenn es einfach sicher ist. Es wird auf jeden Fall nicht unspannend bleiben. Ja, ich denke auch. Also wir liegen wirklich nah beieinander. Und auch sowas Forschung, ich meine, ihr seht das ja gar nicht im Zuschauer-Stream, aber auch was unsere Forschungspunkte angeht, sind mir sehr nah. Ich bin bei 182 jetzt, weil ich sehr viel auf Forschungsfokus gestellt habe. Normalerweise ist es um die 140, also auf 138 Forschung. Wir sind ja nah beieinander. Wir haben auch, glaube ich, dieselbe Anzahl an Städten. Das heißt somit auch, ähm, dieselben Mardis auf die Forschung. Also wir nehmen uns da nichts. Ja, ich bin mal gespannt, weil wir haben ja doch noch eine ganze Weile vor uns, also etwas mehr als eine Stunde. Es könnte interessant werden, was sich da noch vor uns entfaltet. Es ist gerade noch ein Thema im Chat aufgekommen, und zwar, was wir vielleicht auch nicht so ganz mitbekommen haben, hast du irgendwelche wirklich wichtigen Wunder gebaut bei dir? Habt ihr nicht mitbekommen, ja. Nicht alle, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Also das ist dann aufgekommen, ein sehr starkes Wunder hat der Brain-Lag bekommen, unser Afrikaner. Ähm. Ja, hier, das hatte ich früher schon mal gezeigt. Hier sieht man das ganz gut. Genau. Ich hab bekommen die Master-Control, Meister-Controller, ähm, und ich hab mal die Übersicht, das kann man ja auch sehen. Also ich hab unter den Stellar-Kodex und die Master-Control. Ähm, der hat noch das, äh, wie heißt das Ding? Ectogenesis-Pod. Genau, die Ectogenese-Kapsel. Hm? Genau. Hat das eigentlich mal so aus reinem Selbstinteresse, hat das einen bestimmten Grund, warum du den englischen Client spielst? Ähm, ich hab mir generell angewöhnt, hier, englischen, also ich schaue englische Filme, weil ich das einfach von der Übersetzung her manchmal sehr schlecht gelungen finde, ähm, auch naturgemäß, weil man kann Sprachen nicht immer eins zu eins übersetzen und da gibt's halt so ein paar Stolpersteine und ich fühl mich da einfach wohler mit englischen Clients. Hm? So, ich schau mir gerade hier die Satelliten an. Was sind denn Wetter-Kontrolleinheiten? Wetter-Kontrolleinheiten generieren Ressourcen. Und zwar, ähm, die bringen uns mal ein, ein Fressen, also ein, unter den Feldern, wo sie liegen, was natürlich sehr stark ist und sie generieren über ihren Zeitraum ein bis zwei normale Lichtstratten. Ich glaube, das waren sogar mehr von den strategischen Ressourcen. Der andere Satellit hat nämlich eins bis zwei und ich glaube, es waren drei bis vier Ressourcen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nahrt mich bitte nicht darauf fest. Muss gestehen, ich brauche die im Prinzip so gut wie nie. Deswegen kann das durchaus sein, dass es ein paar mehr sind. Mhm. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was da noch kommen wird. Nicht nur du. Kann ich dir verraten. Ich bin jetzt noch vier Runden entfernt von, äh, ja, meinen Kreuzern und dann sollte es hier eigentlich vorwärts gehen. Hm. Ja, dann sind und bleiben wir mal gespannt, wie sich dieser Krieg und diese Auseinandersetzung mit Brainlag noch auswirken wird. Ja. Die Chance, die er auf jeden Fall noch hätte, ähm, wenn er das verfolgt, wäre, ähm, eine Technologie mitzunehmen, die das Kommandozentrale ermöglicht. Das ist ein sehr, sehr starkes Defensivgebäude und dann haben selbst, ähm, Kreuzer in Verbindung mit einem Defensive Parameter sehr lange dran zu knabbern, um das wegzukriegen. Das wäre noch eine Chance. Okay. Dann sind wir mal gespannt. Vielleicht hat er auch schon so weit gedacht. Ja, für ihn wäre es natürlich wünschenswertig, aber natürlich nicht. Ähm, nochmal, was ich gerade sehe, ja, wie im Chat, äh, das Game endet nach vier Stunden, ja, und die höchste Punktzahl gewinnt nicht zwangsläufig. Wir richten uns zwar danach, aber, es kann ja auch noch andere Faktoren geben. Aber im großen Ganzen, die Punkte bestimmen schon mit. Also, ich sag's mal so, ohne mich jetzt auf feste Punktzahlen festzulegen, oder feste Differenzen festzulegen, aber ich sag mal so, wenn die beiden, äh, ersten, also, wenn, wenn unter den Führenden der Punkteunterschied wirklich minimal ausfällt, dann müssen andere Faktoren her. Wenn sich natürlich jetzt noch einer von beiden bis zum Schluss, was weiß ich, ja, jetzt muss ich ja eigentlich fast den Punktzahlen nennen, äh, 80 oder mehr Punkte nach vorne setzt, könnte das eine Tendenz sein. Grundsätzlich sind wir, sind wir eigentlich hier so verblieben, so haben wir das auch in Vorrunden gemacht, dass meistens die Spieler der Partie selbst sich untereinander einigen, was, äh, das Vernünftigste ist. Und ich gehe fast davon aus, dass sollte sich die, das Verhältnis zueinander jetzt nicht mehr ändern, groß, dass dann Brainlect und Whistler unter sich mit unserer Hilfe auf jeden Fall ausmachen können, wer sich das denn jetzt eher verdient hat. Ähm, zu der Frage noch, was heißt denn andere Faktoren? Das wäre dann beispielsweise, wenn einer eigentlich kurz vor irgendeinem Sieg stehen würde, den er jetzt in fünf Runden erreichen würde, liegt aber von Punkten hinten, würde wahrscheinlich trotzdem dieser Spieler gewinnen oder ähnliche Dinge. Ja, also, ein gutes Beispiel wäre tatsächlich, wenn einer von beiden wie der Erwarten einem bestimmten Siegtyp sehr nahe kommt, oder wenn es ganz offensichtlich ist, dass, ähm, in den nächsten paar Runden jemand den anderen vernichtend geschlagen oder Städten beraubt hätte. Also sagen wir beispielsweise, würde das Spiel jetzt enden oder würde das Spiel enden in dem Moment, wo hier die Kreuzer und alles kommen. Also wir hier eine riesige Kreuzerarmee hätten, dann wäre das bei diesem Punktestand, bei diesem Unterschied von nur einem Punkt, tatsächlich ein, ein Punkt sozusagen, den man Whistler zustecken müsste. Das würde man, wie gesagt, mit Brain Lag zusammen erörtern, da werden dann auch wirklich, da werden die, also meiner Meinung nach spielen da die Affinitäten eine Rolle, die Wunder eine Rolle, die militärische Stärke eine Rolle, im Zweifelsfall sogar die Menge an Städten und die Gesamtbevölkerung und so weiter, also, weil insgesamt soll das Spiel ja schon widerspiegeln, ähm, wie erfolgreich ist jemand. So, nun kracht es hier aber ordentlich und zwar zwischen Shalomdon und Heinz vom Stein. Ja, da habe ich jetzt meinen Blick nicht hingerichtet gehabt, aber ich werde das jetzt mal ändern. Oh ja, oh ja, da ist, äh, was im Gange. Dann würde ich aber an der Stelle auch sagen, wir verabschieden uns nochmal von Whistler. Richtig, da verabschieden wir uns jetzt mal von Whistler. Alles klar. Okay, Und wünschen dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Werde ich brauchen. Tschüss. 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 Ja, hier entfaltet sich tatsächlich gerade ein, ein Kampf. Ein nicht zu unterschätzender Kampf auch. So. Nun ist die Frage, wir haben noch etwas über eine Stunde. Ja. Das zweite Gewinnspiel. Richtig. Die, äh, wobei ich da fast vorschlagen würde. Wir warten noch einen Moment, weil es gerade sehr spannend wird. Genau. Erstens warten wir jetzt einen Moment, was mit 1er passiert. Und zweitens, wenn wir diesen Moment warten, würde ich auch nach diesem Moment tatsächlich einen Stream-Neustart machen. Und dann nach dem Stream-Neustart direkt mit dem zweiten Gewinnspiel um die Ecke kommen, das wir dann durchführen können. Und da ist jetzt halt nur die Frage, werden wir in 1er jetzt noch was sehen? Also ich werde jetzt mal mein, ich werde jetzt mal mich bemühen, hier die Finger still zu halten und auf 1er zu bleiben, weil sich dort ja jetzt was abspielt. Also ich weiß nicht, was eure, also gut, du siehst es ja nur mit Verzögerung, Tumlu, aber Commander, du siehst es ja in Echtzeit wie ich. Was schätzt du denn? Glaubst du, da wird gleich was fallen? Schwer zu sagen. Also, der Heinz steht ja gut da, im Gegensatz der Schalom dann ebenfalls auch. War jetzt doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, Schalom kann sich hier ganz gut verteidigen, aber wenn Heinz halt die Stadt jetzt noch einmal bombardieren und dann mit dem KNDR reinrennt, dann ist sie halt weg. Es wird viel davon abhängen, wie klug sich Schalom jetzt verteidigt. Und ob ihm der Tech-Netzknoten über seiner Stadt den entscheidenden Bonus geben wird. Ich schätze halt, so wenn ich mir so die Einheiten von Schalomdome anschaue, seine Kampffahrzeuge sind noch auf Stufe 1, seine Ranger sind noch auf Stufe 1, seine Kanonenboote sind noch auf Stufe 1, auch die Artillerie ist noch auf Stufe 1, das sind noch Raketenfahrzeuge. Das kann hier unser Heinz alles überwältigen. Also Marines hat er auf Stufe 2, die Artillerie hat er, er hat die gepanzerten Fahrzeuge jetzt, also die richtigen Kampffahrzeuge in Anführungszeichen, nicht nur die Buggys und halt KNDRs. Und KNDRs sind als Spezialeinheit echt nicht zu unterschätzen. Also er reibt jetzt auf die Stadt auf und da hat er sie. Und er macht eine Marionette daraus. Also er übernimmt sie nicht selbst, sozusagen, so wie es bei Citadel und Whistler war, sondern er macht eine Marionette daraus, die sich selbst verwaltet. Oh, da hat es jetzt den Rückwärtsgang gegeben, die Stadt wurde zurückerobert. Das heißt, Heinz hat die sich geholt und dann wurde direkt wieder zurückgesetzt. Das ist jetzt halt der, der in Anführungszeichen, der Vorteil von, oder Nachteil, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, von simultanen Zügen. Dass Heinz hingeht und die Stadt erobert und Schalom dann nur darauf gewartet hat, dass er das tut, um die Stadt dann wieder zu erobern. Ja. Die Frage ist jetzt, sollen, also ich würde jetzt vorschlagen, wir machen einen kurzen Neustart und hoffen dann in der Zwischenzeit, dass uns das nicht verloren geht, mit anzusehen, was mit dieser Stadt wird. Dann sage ich mal für die YouTube-Zuschauer bis zum nächsten Part. Ja, bis zum nächsten Part. Und für die Stream-Zuschauer bis dann. Bis gleich. Ja.